Ich weiß nicht, wie weit du jetzt kommst. Oh, aufpassen. Wie fährt man mit? Ich hab mir ein schnelleres Auto genommen. Dann kommt man nach München so weiß, dass man fahren kann. Das heißt in München ist mir zu teuer. München ist generell zu teuer. Das war nice. Ich bin jetzt nicht bei Katiwa. Ich war hier bei der Bank. Und da hat mich dann so ein Typie... Au! Ja, so ein Typie was. Oh, wie das raus sah. Ich will die Banken hin. Oh nein! Oh nein! Ich schicke jetzt erst! Das war ich nicht! Ich hab schon versucht, mich wieder aufzustellen, Jimmy. Oh Gott, ich sehe nichts mehr. Ich schicke ihn wieder auf. Ich schicke ihn wieder auf. Da hat die Baumel im Hunnal. Guck mal, kommt schon der nächste. Ich kriege ihn nicht auf. Hä, ich muss doch nicht mehr los. Während ich lass den anderen erstmal vorbei fahren. He 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 he. Verschrebter. Tragmüge, Tragschlafen. Was jetzt hier fiel doch mal auf. Ich kann schlafen. Ich hab damit nix zu tun, so. Er ist einfach rumgekippt. Einfach so. Lass uns mal weiter. Wir haben keine Zeit um die Verletzten zu versuchen.